ja freunde herzlich willkommen wir sind im dritten in der dritten mission interludium jubaitos später am abend im geheimen lager der blackrock orcs und wir steigen direkt ein ich wünsche euch viel spaß ich wünsche euch viel spaß wir sehen wunderschön ausgearbeitetes lager und da ist unser hauptprotagonist lasst mich durch krieger ich bin joshua blackrock klingenmeister und agent von jubaitos da werden die menschen geopfert joshua ich hörte bereits von deinen taten blut für den blackrock clan du hast unseren brüdern dabei geholfen den kümmerlichen widerstand der allianz wie in alten zeiten zu zerquetschen und die menschen wie lämmer zur schlachtbank zu führen gut gemacht großmeister ich überbringe neuigkeiten kriegshäuptling srall will lorda ron für immer verlassen seine besten klingenmeister wurden ausgesendet um die ihm loyale horde zu versammeln sie planen in drei tagen nach westen aufzubrechen in ein fernes land namens kalim dor kalim dor es spielt keine rolle joshua die stunde des untergangs rückt immer näher schon bald wird das dämonen vom himmel regnen und diese welt wird in flammen aufgehen in dieser neuen ordnung wird kein platz mehr für schwächliche schamanen sein sie werden wie die menschen untergehen dann ist es also wahr die prophezeiung von der ankunft der dämonen erfüllt sich ja der brennende schatten unserer wahren meister wird alles leben verschlingen in dessen adern nicht ihr schwarzes blut fließt wir hexenmeister vom blackrock clan werden an diesem tag im dunklen initiationsritus wiedergeboren und chaos wird sprießen wo immer unsere macht den boden berührt dann bitte ich demütigst darum von meiner aufgabe entbunden zu werden nur so kann ich mein schicksal empfangen als künftiger klingenmeister des joshua du wirst zur horde von srall zurückkehren und dein auftrag zu ende bringen du weißt was du zu tun hast wenn der zeitpunkt gekommen ist enttäusche mich nicht ich werde den blackrock clan und dem namen jubaytos ehre machen großmeister das wirst du dein platz in unserer geschichte wird den titel schlechter des rall tragen gehe nun und verschonen niemanden der sich dir in den weg zu stellen versucht ja großmeister blut für den blackrock überhaupt gefahr kriegt schauen wir mal wie sich entwickelt wer sich ein bisschen mit der lore auskennt weiß ja dass es heil obwohl hier nicht gleich sterben wird in den frühen morgenstunden bricht joshua auch ein glück dass wir meine blackrock brüder diesen geheimen unterirdischen durchgang gezeigt haben diese abkürzung verschafft mir etwas zeit denn ich bin ziemlich spät dran der gedanke in eine neue welt aufzubrechen behaken überhaupt nicht ein klingen meister meines kalibers sollte bei der ankunft der dämonen vor ort sein und ihre macht aus erster hand erhalten schauen wir mal aber sei es drum ich werde meine aufgabe meistern nichts und niemand wird mich dabei aufhalten für den blackrock clan ich stehe euch zu diensten den ausgang finden ja herr ich höre und gehorche ja herr was liegt an der vorzügliche wahl ja herr kostet meine klinge ich stehe euch zu diensten kostet meine klinge so ich höre ich höre und gehorche ja herr Hoi! Woho! Hoi! Ja Herr! Hoi! Ja Herr! Hoi! Kostet meine Klinge! Heiß! Was liegt an? Hoi! Kostet meine Klinge! Hoi! Kostet meine Klinge! Vorzügliche Wahl! Ja Herr! Ich höre und gehorche! Lassen wir uns jetzt eben vollheilen. Wird unterbrochen. Ich stehe euch zu Diensten. Hoi! Hoi! Ich höre und gehorche! Ja Herr! Was liegt an? Ich stehe euch zu Diensten! Vorzügliche Wahl! Ja Lord! Was liegt an? Hoi! Hoi! Alles sehr sehr gut im Griff! Ich stehe euch zu Diensten! Ich höre und gehorche! Ja Lord! Hoho! Was liegt an? Ich stehe euch zu Diensten! Ich stehe euch zu Diensten! Hoi! Ich stehe euch zu Diensten! Was liegt an? Woho! Ja, Lord! Woho! Ich stehe euch zu diensten! Ja, Lord! Woho! Ich stehe euch zu diensten! Ja, Lord! Woho! Kostet meine Klinge! Was liegt an? Woho! Ich stehe euch zu diensten! Ich höre und geräuche! Ja, Lord! Woho! Heiß! Kostet meine Klinge! Ja, Lord! Hoi! Ja, Herr! Ich höre und geräuche! Tür ist auf! Ja, Herr! Weiter geht's! Hoi! Ich stehe euch zu diensten! Ich höre und geräuche! Ja, Herr! Ich höre und geräuche! Ja, Lord! Ich bin tatsächlich nochmal getraut, uns anzugreifen! Zügliche Wahl! Hoi! Heiß! Woho! Hoi! Heiß! Ja, Lord! Gleich haben wir Läber ab! Was liegt an? Woho! Ja, Lord! Hoi! Ja, Herr! Ich stehe euch zu diensten! Woho! Was liegt an? Vorzügliche Wahl! Ich stehe euch zu diensten! Hoi! Was liegt an? Woho! Ich höre und gehorche! Beschwört vier Skelettkrieger und vier Skelettbogen schützen, die für den Benutzer kämpfen. Hält 120 Sekunden an! Was liegt an? Hört sich sehr gut an! Woho! Wir werden jetzt noch gerade regeneriert. Ja, Lord! Gehen wir aber schon das Schlamm und zumachen. Kostet meine Klinge! Schön, stammt. Woho! Hoi! Ich stehe euch zu diensten! Ja, Lord! Woho! Ja, Herr! Ja, Lord! Vielleicht droppt es ja was schon. Ich höre und gehorche! Ohne der Heilung, Astrein, so. Wir gehen jetzt hier an den... Woho! Hoi! Ich stehe euch zu diensten! Vorzügliche Wahl! Ich stehe euch zu diensten! Ich höre und gehorche! Was liegt an? Ja, Lord! Ja, Herr! Der Schalter sein? Ich höre und gehorche! Ich höre und gehorche! Vorzügliche Wahl! Ja, Herr! Vorzügliche Wahl! Ich höre und gehorche! Wo haben wir die Steintür? Ja, Herr! Ich höre und gehorche! Ich stehe euch zu diensten! Ich höre und gehorche! Was liegt an? Hoi! Hull! Ah, hier! Kostet meine Klinge! Ich stehe euch zu diensten! Ja, Lord! Ich stehe euch zu diensten! Ja, Lord! Ich stehe euch zu diensten! Ja, Lord! Ja, Lord! Das hat jetzt richtig Leben gekostet! Ja, Herr! Hoi! Heiltrank können wir! Vorzügliche Wahl! Ich höre und gehorche! Heiltrank können wir eigentlich nicht! Das Inventar ist voll! Ein Ring mit Beweglichkeit! Puh! Was können wir mitmachen! Ja, Herr! Vorzügliche Wahl! Heiltrank nehmen wir mal mit! Ja, Herr! Ich stehe euch zu diensten! Und machen wir inzwischen safe! Ja, Lord! Was liegt an? Ja, Lord! Vorzügliche Wahl! Ja, Herr! Und ein kleines Schuss! Sekunden! Irgendetwas Großes scheint hier in diesen Höhlen zu hausen! Diese Eier dort unten sind bestimmt nicht unbewacht! Was liegt an? Woho! Was liegt an? Vorzügliche Wahl! Ich stehe euch zu diensten! Ja, ihr habt's gehört! Ja, ihr habt's gehört! Ja, ihr habt's gehört! Heiß! Was liegt an? Ja, Lord! Ich stehe euch zu diensten! Was liegt an? Ich höre und gehorche! Heu! Kostet meine Klinge! Ich stehe euch zu diensten! Woho! Heiß! Was liegt an? Ich lasse meine Mitarbeiter in Frieden! Vorzügliche Wahl! Hull! Heiß! Woho! Die sind heilig! Heu! Hull! Heiß! Ich höre und gehorche! Kostet meine Klinge! Ja, Lord! Hull! Was liegt an? Aber ich stehe euch zu diensten! Woho! Heu! Vorzügliche Wahl! Kostet meine Klinge! Heu! Ich stehe euch zu diensten! Hull! Ja, Herr! Was liegt an? Heiß! Ich höre und gehorche! So, hier oben war noch eine Schwarzschule! Ich stehe euch zu diensten! Kostet meine Klinge! Hull! Heu! Vorzügliche Wahl! Heiß! Hull! Heu! Ja, Herr! Kostet meine Klinge! Was liegt an? Heu! Ja, Lord! Wer ist fast dabei? Vorzügliche Wahl! Woho! Ich höre und gehorche! Man hat 30% gehorchen! Der Tal ist fast liegt an! Hull! Ja, Herr! Vorzügliche Wahl! Kostet meine Klinge! Heiß! Haben wir es auch! Kostet meine Klinge! Ja, Herr! Heu! Ja, Lord! Ja, Herr! Was liegt an? Wir werden angegriffen! Heu! Weiß gleich den Boss! Oha! Woho! Ich höre und gehorche! Ich stehe euch zu Diensten! Was liegt an? Woho! Ja, Lord! Woho! Was liegt an? Ja, Lord! Hull! Er hat volle Zeit gewonnen! Jetzt nichts gehört! Ist jetzt nicht sie raus aus diesen verdammten Höhlen! Und ab zur Küste von Lordaeron! Ja Freunde, auch diesmal sage ich vielen Dank fürs Zusehen, es hat mir wieder riesig Spaß gemacht und wir sehen uns bei Teil 4 bald wieder, bis dahin haltet die Ohren steif, alles wird gut, bis bald.